Der 4. März ist der 63. Tag des gregorianischen Kalenders, somit bleiben 302 Tage bis zum Jahresende. Ereignisse Der 4. März war von 1793 bis 1933 der Tag, an dem der regulär gewählte US-Präsident seinen Amtseid ablegte und damit das Amt übernahm. Seit 1937 geschieht dies am 20. Januar. Politik und Weltgeschehen 1152. Nach dem Tod Konrads III wird Friedrich I. Barbarossa als zweiter Staufer in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen König gewählt. 1226. Die Stadt Hamm wird als neuer Siedlungsplatz der Bewohner der im Vorjahr als Sühne Maßnahme für die Ermordung des Kölner Erzbischofs Engelbert von Berggeschleiften Stadt Nienbrücke von Graf Adolfi von der Marke gründet. 1238. Der Großfürst von Wladimir Sustal, Juri II. wird mit seinen Truppen am Fluss Sitt in der heutigen Oblast Jaroslavl von den Reiterscharen des Batukan besiegt und auf der Flucht getötet. Russland gerät jahrzehntelang unter den Einfluss der Mongolen. 1376. König Karl V. von Frankreich und Graf Amadeus VI. von Savoyen schließen einen Vertrag zur gegenseitigen Auslieferung von Straftätern. 1386. Der litauische Großfürst Jogaila wird in Krakau zum polnischen König gekrönt. Polen und Litauen werden vom Geschlecht der Jaguilonen fast 200 Jahre in Personalunion regiert. 1493. Nach seiner ersten Entdeckungsfahrt erreicht Christoph Kolumbus mit der Karavelle Nina den Hafen von Lissabon, von wo aus er nach Palos de la Frontera in Spanien weiterfährt. 1663. Die Prinz-Edward-Inseln werden vom holländischen Seefahrer-Barent Barents-Soonlem entdeckt. 1665. Der englische König Karl II. erklärt der Republik der Siebenvereinigten Niederlande den Krieg, der als zweiter englisch-niederländischer Seekrieg in die Annalen eingeht. 1681. Als Entschädigung für eine Geldforderung an die Krone überträgt König Karl II. Von England urkundlich alles Land zwischen Maryland und dem Delaware River an William Penn. Dieser beginnt daraufhin das heilige Experiment eines Quakerstaates in Sylvania und gründet noch im selben Jahr die Hauptstadt Philadelphia. 1789. Nach der Annahme der Verfassung der Vereinigten Staaten im 9. Bundesstaat New Hampshire nimmt die verfassungsmäßige Regierung der Vereinigten Staaten ihre Arbeit auf. 1790. Im Frankreich der Revolutionszeit wird die Einteilung in 83 Departements gültig. Diese politischen Einheiten, deren Grenzen nicht weiter als einen Tagesritt von ihrer jeweiligen Hauptstadt entfernt sein dürfen, lösen die historischen Provinzen Frankreichs ab. Die unabhängige Republik Vermont wird 14. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. 1837. Der erst 1833 offiziell gegründete Ort Chicago, heute die drittgrößte Metropole der USA, wird zur Stadt erhoben. 1845. Bei der Amtseinführung des US-Präsidenten James K. Polk wird zum ersten Mal heil to a chief als Präsidialsalut gespielt. 1849. Der österreichische Kaiser Franz Josef I. Er lässt zur Beendigung der Revolution von 1848 49. im Kaisertum Österreich die von Felix zu Schwarzenberg erarbeitete oktroyierte Märzverfassung. Der föderale und liberale Verfassungsentwurf des Kremsierer Reichstages wird damit zur Makulatur. 1857. Zwischen Großbritannien und Persien kommt ein Friedensschluss in Paris zustande, der einen nach dem Einmarsch persischer Truppen in Herat seit 1. November 1856 ausgebrochenen Krieg beider Staaten beilegt. Punkt. 1861. Der Kongress der Konföderierten Staaten von Amerika nimmt nach mehreren abgelehnten Versionen mit den Stars and Bars ihre erste Nationalflagge an, die mit unterschiedlicher Anzahl an Sternen bis zum 1. Mai 1863 gültig ist. 1863. In den Vereinigten Staaten wird das Idaho-Territorium aus Teilen des Oregon, des Washington und des Dakota-Territoriums geschaffen. Es umfasst einen Großteil der heutigen Staaten Idaho, Montana und Wyoming. Punkt. 1865. Aufgrund ihrer häufigen Verwechslung mit der weißen Kapitulationsflagge im Sezessionskrieg wird dem seit 1863 als Flagge der Konföderierten. Staaten von Amerika gültigen Stainless-Spanner, ein roter Querbalken hinzugefügt. 1867. Graf Otto von Bismarck legt dem Reichstag des Norddeutschen Bundes den Entwurf der Bundesverfassung zur Beratung vor. Punkt. 1917. Die Republikanerin Jeanette Rankin tritt als erste Frau ihr Amt als Mitglied des US-Repräsentantenhauses an, in das sie vom Staat Montana gewählt worden ist. 1919. Auf Antrag der Kommunistischen Partei Russlands wird auf der Gründungsversammlung in Moskau die Kommunistische Internationale gegründet. Der Zusammenschluss aller kommunistischen Parteien. Punkt. 1919. Anlässlich der in Deutsch-Österreich stattfindenden Wahl der konstituierenden Nationalversammlung vom 16. Februar demonstrieren im tschechoslowakischen Sudetenland-Sudetendeutsche für das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Zugehörigkeit zu Österreich. Militäreinheiten lösen die Kundgebungen gewaltsam auf, über 50 Personen werden erschossen. Punkt. 1929. Herbert Hoover tritt sein Amt als US-Präsident an. Gleichzeitig mit ihm wird der erste, ihr indianisch-stämmige Vizepräsident Charles Curtis vereidigt. 1933. In Österreich kommt es aufgrund einer verfahrenstechnischen Unachtsamkeit zur Beschlussunfähigkeit des Nationalrats, die der christlich-soziale Bundeskanzler Engel Bert Dolfus für einen Staatsstreich nutzt, indem er diese als Selbstausschaltung des Parlaments bezeichnet, die Zeit des Austrofaschismus beginnt. 1933. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Franklin D. Roosevelt beginnt in den Vereinigten Staaten der New Deal zur Überwindung der Great Depression. Punkt. 1943. Die Schlacht in der Bismarcksee im Pazifikkrieg, die am 2. März begonnen hat, endet mit der kompletten Vernichtung eines japanischen Konvois durch die alliierten Luftstreitkräfte. 1960. Im Hafen von Havana ereignen sich auf dem Frachtschiff La Cubre, das kuba-belgische Waffen anliefert, zwei Detonationen. 101 Menschen sterben, etwa 200 Verletzte sind zu versorgen. Möglicherweise hat der US-Geheimdienst CIA mit den Explosionen zu tun. 1964. Der UNO-Sicherheitsrat beschließt im Zypern-Konflikt die Entsendung von Friedenstruppen nach Zypern. 1966. Der Musiker John Lennon gibt dem Londoner Evening-Standard ein Interview, in dem er unter anderem in Bezug auf die Beatles behauptet, We're more popular than Jesus now. Die Äußerung führt in den USA zu heftigen Reaktionen. Radiostationen boykottieren Beatles' Lieder. 1975. Die später in der RAF aufgegangene Bewegung 2. Juni lässt Peter Lorenz frei. 1980. Bei den Parlamentswahlen in Zimbabwe feiert Robert Gabriel Mugabe mit seiner Zimbabwe-African-Nationalunion einen überraschenden Sieg über die Zimbabwe-African-Peoples-Union unter Joshua Nkomo und wird damit erster schwarzer Premierminister seines Landes. 1981. Die armenische Terrororganisation Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia Asala ermordet zwei Angestellte der türkischen Botschaft in Paris. 1987. Der US-Bürger Jonathan Pollard wird in den USA wegen Spionage für den israelischen Geheimdienst Lakan zu lebenslanger Haft verurteilt. 2001. In einer Volksabstimmung der Schweiz stimmen 76. 8% der Wahlbeteiligten gegen die Verfassungsinitiative Ja zu Europa und damit gegen einen EU-Beitritt der Schweiz. Die Wahlbeteiligung liegt bei 55,8%. 2002. Ibrahim Rugova wird zum Präsidenten des Kosovo gewählt. 2005. Die im Irak entführte Journalistin Juliana Eskerena wird von ihren Entführern freigelassen. Auf dem Weg zum Flughafen wird ihr Wagen von US-amerikanischen Truppen beschossen, wobei der Sicherheitsbeamte Nicola Calipari ums Leben kommt. Der Vorfall führt zu massiven diplomatischen Verstürmungen zwischen Italien und den USA. 2007. Bei den Parlamentswahlen in Estland ist erstmals in einem EU-Staat die Online-Wahl über das Internet möglich. Stärkste Partei wird die estnische Reformpartei unter Premierminister Andrus Ansip vor der Zentrumspartei. Punkt. 2009. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag erlässt aufgrund des Antrags von Chefankläger Luis Moreno Ocampo einen Haftbefehl gegen den Staatspräsidenten des Sudan, Umar Hassan Ahmad al-Bashir wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt. Das ist der erste Haftbefehl gegen ein regierendes Staatsoberhaupt. 2012. Der bisherige Ministerpräsident Wladimir Putin gewinnt die russischen Präsidentschaftswahlen. Punkt. Wirtschaft 1887. Als George Hearst sein Amt als Senator antritt, übergibt er seinem Sohn William Randolph Hearst das Management seiner Zeitung San Francisco Examina. Damit beginnt der allmähliche Aufbau des Zeitungsimperiums der Hearst Corporation. 1902. In Cleveland, Ohio, wird der Verkehrsclub American Automobile Association gegründet. Punkt. 1934. Mit dem Tatra 77 wird auf dem Prager Automobilsalon vom tschechoslowakischen Automobilhersteller Tatra das weltweit erste serienmäßig hergestellte stromlinienförmige Auto präsentiert. 1938. Die US-Gesellschaft Standard Oil of California findet nach mehrmonatigen erfolglosen Probebohrungen in Saudi-Arabien im Bohrloch Dammen Nr. 7 Erdöl. Die Stadt Damam am Persischen Golf wird in der Folge ein wichtiges Förderzentrum für das schwarze Gold. 1985. Zwischen den Orten Leten, Heg und Ahaus im Münsterland nimmt der erste deutsche Bürgerbus seinen Betrieb auf. Punkt. Wissenschaft und Technik 1275. Chinesische Astronomen berichten über eine totale Sonnenfinsternis. 1391. Die Universität für Ara wird aufgrund eines von Papst Bonifatius IX. erteilten Privilegs eröffnet. Punkt. 1675. Der englische König Karl II. Er nennt John Flammstedt zu Areckings Astronomical Observator. Die Gründung des Royal Greenwich Observatory im gleichen Jahr geht auf den ersten königlichen Astronomen zurück. Punkt. 1769. Der Orionnebel wird erstmals vom französischen Astronomen Charles Messia beobachtet, der ihn später in seinen Messia-Katalog aufnimmt. 1781. Pierre Michelin sieht als erster bei Himmelsbeobachtungen im Sternbild Haar der Berenike die später als Messia 85 bezeichnete Galaxie. 1877. Emil Berliner erfindet ein besseres Mikrofon für das Telefon der Bell Company. Punkt. 1890. In Schottland wird die Forth Bridge über den Forth of Forth eröffnet. Sie verbindet Edinburgh mit der Halbinsel Pfeif und ist die wichtigste Verbindung von den schottischen Lowlands in die Highlands. Punkt. 1915. Die Hartinger Brücke über die Padma mit 1.6 Kilometern. Bis heute eine der längsten Eisenbahnbrücken des indischen Subkontinents wird in Anwesenheit des britisch-indischen Vizekönigs Lord Hartinger eröffnet. 1936. In Friedrichshafen startet das Luftschiff Hindenburg zu seinem ersten Probeflug über den Bodensee. 1954. Die Lockheed F-104 absolviert ihren Erstflug. 1959. Pioneer 4 passiert den Mond in ca. 60.000 Kilometer Entfernung und dringt als erstes US-amerikanisches Raumfahrzeug in den interplanetaren Raum vor. Zwei Monate nach dem sowjetischen Lunik I. Kultur 1833. An der Opera Comic in Paris erfolgt die Uraufführung der komischen Oper Les Souvenirs de la Fleur von Jacques Frumenthal Halevy. Punkt. 1877. Das Ballett Schwanensee von P.J. Tote R.I. Tchaikovsky erlebt am Moskauer Bolscheu-Theater seine Uraufführung. Da das Bolscheu-Ballett zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Niveau hat, das Stück zu tanzen, werden die schwierigen Teile durch einfachere Musikstücke ersetzt und das Ballett fällt beim Publikum durch. 1895. Die Uraufführung der ersten drei Sätze der Zweite Sinfonie von Gustav Mahler findet in Berlin statt. Die gesamte Sinfonie wird am 13. Dezember ebenfalls in Berlin uraufgeführt, beide Aufführungen mit Mahler als Dirigent. So Listinnen sind Josefine von Adner und Hedwig Felden. Es spielen die Berliner Philharmoniker. Das Werk erlebt einen überwältigenden Erfolg. Punkt. 1922. Im Marmorsaal des Zoologischen Gartens Berlin hat der Stummfilm Nosferatu eine Symfonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnauer mit Max Schreck in der Rolle des Vampirs Graf Orlok seine Uraufführung. Der Spielfilm gilt als prägend für das Genre des Horrorfilms. 1947. Die Uraufführung der szenischen Fassung der Oper Die Flut von Boris Blacher mit dem Libretto von Heinz von Kramer nach einer Erzählung von Guy de Maupassant findet in Dresden statt. 1964. Der Film Les Journales d'Infemmes des Chambres des spanischen Regisseurs Louis Bunel nach dem gleichnamigen Roman von Octave Mirbao mit Jeanne Moreau und Michel Piccoli in den Hauptrollen wird in Paris-Ur aufgeführt. 1974. Die Fernsehoper La Cubana oder Ein Leben für die Kunst von Hans-Werner Hänze wird in New York-Ur aufgeführt. 1975. Der britische Filmschauspieler und Regisseur Charles Chaplin wird durch Königin Elisabeth II. zum Knight Commander des Order of the British Appear ernannt. Punkt. Gesellschaft 1824. In Großbritannien wird die Nationalinstitution for the Preservation of Life from Shipwreck gegründet, aus der später die Royal National Lifeboat Institution als Zenotrettungsgesellschaft hervorgeht. Punkt. Religion 1979. Fünf Monate nach seinem Amtsantritt veröffentlicht Papst Johannes Paul II. Seine Antrittsenzyklika Redemptor-Hormonies über die Erlösung des Menschen. Punkt. Katastrophen 1943. Das deutsche U-Bootu 172 versenkt im Nordatlantik den uneskortierten britischen Passagier Dampfer City of Pretorier. Keiner der 145 Menschen an Bord überlebt. Punkt. 1977. Durch ein Erdbeben, das das Gebiet um die rumänische Hauptstadt Bukarest erschüttert, kommen rund 1500 Menschen ums Leben. Dabei wird auch ein großer Teil der historischen Bausubstanz der Stadt zerstört. Punkt. 2012. Bei Explosionen in Brasaville, die durch einen Brand in einem Waffenlager ausgelöst wurden, kommen 206 Menschen ums Leben. Punkt. Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt. Sport. 1928. In St. Anton am Alberg endet das erste Alberg-Kandahar-Rennen, eine aus Slalom- und Abfahrtslauf bestehende alpine Skisportveranstaltung. 1968. Nachdem Mohammed Ali sein Boxweltmeistertitel im Schwergewicht wegen seiner Wehrdienstverweigerung aberkannt worden ist, erobert Joe Frazier den vakanten Titel im Madison Square Garden in New York gegen Basta Matisse durch technischen K.O. in der 11. Runde. Punkt. Einträge von Leichtathletik-Weltrekorden befinden sich unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik. Punkt. Einträge von Leichtathletik.